Wir haben uns gefragt, wie kommt so ein Familienvater wie Sie und ich, oder ich meine wie Sie, dazu, so plötzlich Geld zu klauen. Und dafür haben wir jetzt einen Gastkommentator, Liza Minelli, gibt die Antwort. Und dafür haben wir jetzt einen Gastkommentator, Liza Minelli, gibt die Antwort. Und dafür haben wir jetzt einen Gastkommentator, Liza Minelli, gibt die Antwort. Und dafür haben wir jetzt einen Gastkommentator.